Ich habe mich in 100 Tagen wieder top in Form gebracht. Dazu habe ich meine Trainingsroutine aufs Mindeste runtergeschraubt, damit ich sie auf jeden Fall jede Woche durchziehe. Die Fitnesspolizei meint jetzt sicher, du bist faul, mach lieber sechsmal die Woche Vollgas oder du Lauchalter. Aber Fakt ist, dass der Großteil dieser Fitnesspolizisten selbst überhaupt nicht ihre Trainingsroutine konstant durchzieht. Und wenn man jetzt nicht sein komplettes Leben Fitness widmen möchte, ist das ein guter Kompromiss und ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis.